Zum Pfingstfest kam der Heilige Geist in Jerusalem auf die Apostel. Und es geschah ein großes Brausen vom Himmel und eine große Demonstration von Feuer und von diesem Heiligen Geist. Und daraufhin hält Petrus eine Predigt, in der er erklärt, was hier passiert. Das ist die sogenannte Pfingstpredigt des Petrus. Da sagt er dann hier am Schluss, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generatione reinbrechen wird. Und viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugetan. Und das ist die Entstehung der christlichen Gemeinde. Nun lesen wir weiter, was diese Gemeinde kennzeichnete. Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 42 an. Sie alle, also die zur Gemeinde gehörten, widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Soweit der Text aus der Bibel. Gerade haben wir von der Entstehung der ersten Gemeinde gelesen und wir fragen uns vielleicht, was waren das jetzt für Gemeinden? Katholische, Evangelische, Lutheraner, Freikirchen, Baptisten? Was waren das für Gemeinden? In diesem Zusammenhang frage ich mich auch, zu welcher Gemeinde oder Kirche gehörst du eigentlich, lieber Hörer? Bist du katholisch, evangelisch? Vielleicht gehörst du zu einer freien Gemeinde oder zu gar keiner? Dann möchte ich dich weiter fragen, denkst du, dass es wichtig ist, zu einer Gemeinde oder Denomination zu gehören? Hast du irgendwelche Vorteile davon? Ist es nur eine alte Tradition, ohne Einfluss und Bedeutung für dich? Macht es einen Unterschied, ob du zu der einen Kirche gehörst oder zu einer anderen? Und was ist überhaupt die richtige Denomination oder Kirche? Ich glaube, die Ansichten und Antworten auf diese Fragen werden sehr unterschiedlich sein. Für einige ist es sicher immer noch wichtig, zu welcher Gemeinde oder Kirche sie gehören. Sie sind stolz auf ihre Denomination und glauben, dass sie besser sei als die übrigen. Andere Leute werden sich sagen, ach, das mit der Kirche ist ja doch alles Quatsch. Ich gehe schon lange nicht mehr in die Gottesdienste. Ich wollte auch schon austreten, aber meinen Eltern und Verwandten zuliebe bin ich halt doch noch in der Kirche geblieben, wenigstens dem Namen nach. Irgendwie gehören ja heute doch die meisten Menschen zu einer Gemeinde, ob aktiv oder passiv, oder nur dem Namen nach. Dabei ist es für einige gar kein Problem, zu einer christlichen Gemeinde zu gehören und gleichzeitig zum Beispiel Atheist, Kommunist, Buddhist oder Mohammedaner zu sein. Schon seit langem sind die großen Denominationen in Deutschland ein Tummelplatz der Ideen und Ansichten, der Ideologien und unterschiedlichsten religiösen Färbungen geworden. Es gibt sogar Pfarrer, die Atheisten sind, Politiker, Humanisten, die aber nicht mehr wirklich an Jesus Christus und die Lehren der Bibel glauben. Dann frage ich mich, was ist eigentlich die Kirche oder Gemeinde? Und was macht es aus, ob man in einer Denomination ist oder in einer anderen oder in gar keiner? Kannst du sehen, wie verwischt die Begriffe Kirche, Gemeinde, Denomination geworden sind? Vielleicht weiß man heute ihre Bedeutung gar nicht mehr. Man weiß nicht mehr, wozu sie überhaupt gut sind und warum man zu einer Kirche gehören sollte. Man hat keine Überzeugungen, kaum Verpflichtungen und im praktischen Leben spielt die Gemeinde nur sehr selten eine kleine Rolle. Hauptsächlich bei Geburt, Trauung und Beerdigung. Nun sollte es uns aber interessieren, was Gemeinde im biblischen Sinn eigentlich ist. Was wollte Gott, was sie sein sollte? Und deshalb ist es gut, wenn wir uns wieder auf ihren Ursprung besinnen. Die Entstehung der ersten Gemeinde wird uns in Apostelgeschichte Kapitel 2 berichtet. Die erste christliche Gemeinde entstand nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Sie war die Folge von der sehr bekannten Pfingstpredigt des Apostels Petrus in Jerusalem. Was charakterisierte nun diese erste Gemeinde? Das wird uns in den Versen 41 bis 47 in Apostelgeschichte Kapitel 2 gezeigt. Was waren nochmal die Kennzeichen der ersten Gemeinde, von der uns in Apostelgeschichte 2 berichtet wird? Erstens einmal, zu dieser Gemeinde gehörten nur Gläubige. Es heißt in Vers 41, die nun das Wort des Evangeliums annahmen, ließen sich taufen. Bei der ersten Gemeinde war es nicht gleichgültig, was einer über Jesus, Gott und die Bibel dachte. Nur der konnte zur Gemeinde hinzugetan werden, der wirklich durch Buße und Glaube an Jesus Vergebung seiner Sünden empfangen hatte. Das ist ein sehr wichtiges Element und das sollte auch heute noch unsere Gemeinden charakterisieren. Es können nur Leute dazu gehören, die einmal bewusst Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser in ihr Leben aufgenommen haben. Hier handelt es sich um eine christliche Gemeinde oder um die Gemeinde Jesu Christi. Und es wäre paradox, wenn jemand dazu gehört, der nicht an Jesus glaubt oder ihm kritisch oder gar feindlich gegenübersteht. Wer zu dieser ersten Gemeinde gehörte, der bekundete auch seine Einstellung und seinen Glauben an Jesus durch die Taufe. Das war ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus und zur Gemeinde. Dieser Schritt hatte oft schwere Folgen für die betreffenden Personen. Besonders von den andersgläubigen Verwandten und Freunden und dann auch von der Regierung und der Öffentlichkeit hatten die neuen Christen nicht viel Gutes zu erwarten. Trotzdem waren sie bereit, sich öffentlich und verbindlich zur Gemeinde zu bekennen. Zweitens, die erste Gemeinde blieb in der Apostellehre. So heißt es in Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, so wie Luther es übersetzt hat. Christ sein und zu einer Gemeinde zu gehören, hat etwas mit der Apostellehre zu tun. Wir können nicht sagen, die Hauptsache, dass ich anständig lebe und Gutes tue, dem Nächsten helfe und keinen umbringe, das ist wichtig. Die ganzen Lehrfragen interessieren mich nicht. Die ersten Christen in Jerusalem wussten zunächst auch noch nicht viel über die Bibel und die Lehren Jesu. Aber sie wollten mehr erfahren. Sie kamen immer wieder zusammen, um sich belehren zu lassen. Sie wollten wissen, was Jesus gelehrt hatte. Sicher gab es auch nach ihrer Bekehrung noch manche Konflikte mit ihren früheren Ansichten und Ideen, aber sie wussten, dass es jetzt darauf ankam, die christliche Lehre zu kennen, zu verstehen und anzunehmen. Wer zur christlichen Gemeinde gehört, der muss natürlich auch die Lehren der Apostel kennen und akzeptieren und vertreten können. Früher war es undenkbar, dass die einzelnen Glieder der Gemeinde unterschiedlichen Lehren und Glaubensgrundsätzen folgten. Wer anders lehrte und glaubte, wurde als Irrlehrer bezeichnet. Und der Gemeindezucht unterworfen. Unsere Gemeinden heute sollten diesem Vorbild wieder folgen und in der Apostellehre bleiben, wie die erste Gemeinde in Jerusalem. Jeder sollte sich für diese Lehre interessieren, sie annehmen und wirklich auch vertreten. Die Kennzeichen der ersten Gemeinde waren, dass nur Gläubige dazu gehörten, also nur solche, die wirklich Jesus Christus nachfolgen wollten. Das zweite war, dass diese Gläubigen in der Gemeinde in der Apostellehre geblieben sind. Und drittens heißt es von ihnen, sie blieben in der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist da, wo Menschen zusammenleben. Man spricht heute von Hausgemeinschaft, Schulgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, Interessengemeinschaft. Das bloße Zusammenleben in einer Wohnung oder einer Schule zum Beispiel macht allerdings noch keine richtige Gemeinschaft. Oftmals leben die Leute in Zank, Hass und Egel voneinander zusammen. Das ist keine richtige Gemeinschaft. Wo echte, innige Gemeinschaft sein soll, da ist die geistige und die geistliche Harmonie und Übereinstimmung von größter Bedeutung. Von den ersten Christen heißt es, sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern. Die ersten Christen waren nicht nur oft beieinander, sondern sie waren einmütig beieinander. Sie waren eines Geistes, hatten gleiche Interessen, gleiche Ziele, waren geistesverwandt. Das ist die Gemeinde. Und darum glaube ich auch, wenn du ein wahrer Christ bist, der Jesus als seinen Erlöser kennt und liebt, dann solltest du dir gleichgesinnte Menschen als Freunde suchen. Gemeinde ist da, wo Menschen zusammenkommen, die durch Jesu Blut erlöst wurden und die Jesus lieben und von ihm lernen wollen. Wo du diese Gesinnung nicht triffst, da ist nicht Gemeinde. Da ist vielleicht ein Sportclub oder ein sozialer Verein oder eine politische Partei, aber nicht Gemeinde Jesu Christi. Du aber brauchst die Gemeinde und die herzliche, geistliche Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern. Viertens heißt es von den Gliedern der ersten Gemeinde, sie blieben im Brotbrechen. Das Brotbrechen ist das Abendmahl, das Jesus noch kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das Abendmahl ist also eine Erinnerung an Jesu Tod und das ist das Kernstück der ganzen christlichen Lehre. Durch Christi Tod sind den Gläubigen die Sünden vergeben und sie haben das ewige Leben. Dafür täglich zu danken ist unsere Schuldigkeit. Aber das ist es auch, was wir verkündigen sollen, den Tod Christi zur Erlösung der Menschen vor dem ewigen Verderben. Indem die ersten Christen immer wieder das Abendmahl feierten, erinnerten sie sich an das Wesentliche und Eigentliche im ganzen Christentum, an Jesus und seinen Tod. Vielfach stehen aber heute die guten Werke im Vordergrund, das anständige Leben, um in den Himmel kommen zu können und gerettet zu werden. Auch in der Predigt und der Verkündigung in der Gemeinde geht es um Nächstenliebe, um Hilfe für die Armen und Hungerleidenden, um soziale Gerechtigkeit, es geht um Unterdrückung gegen Rassenunterschiede und Atomwaffen. Das Zentrum des Christentums ist vielfach sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde in Vergessenheit geraten. Ich will nicht sagen, dass du täglich das Abendmahl feiern sollst, aber ich finde es doch wichtig, dass wir uns wieder auf das Wesentliche besinnen und dass wir in unserem Denken und Leben Jesus den ersten Platz übergeben und auch in der Verkündigung daran denken, was wirklich wichtig und was das christliche Anliegen eigentlich ist. Fünftens heißt es von den ersten Christen, sie blieben beisammen im Gebet. Das bedeutet, dass die ersten Christen nicht nur heimlich ein auswendig gelerntes Tischgebet oder Abendgebet sprachen. Sie beschränkten sich auch nicht nur auf Stoßgebet in einer schwierigen Notlage, sondern sie kamen zusammen, um sich auf bestimmte Anliegen zu konzentrieren. Dann nahmen viele an der Gebetsgemeinschaft teil, indem sie laut und für alle verständlich dem Herrn ihre Bitten und Danksagung vortrugen. Gibt es heute noch Dinge in deiner Gemeinde, für die ihr gemeinsam beten könnt? Gibt es überhaupt noch Christen in den Kirchen, die freimütig und in einer Gebetsgemeinschaft mit Gott reden und die genannten Anliegen vorbringen können? Oder beschränkt sich das Gebetsleben der Gemeinde darauf, dass der Pastor einige schön formulierte Sätze aus einem Buch vorliest und die Gemeinde nur Amen sagt? Lerne es wieder, dich mit Christen zusammenzusetzen und gemeinsam laut zum Herrn zu beten. Gemeinde ist auch heute noch da, wo Gläubige zusammenkommen, die Jesus lieben, die ihm glauben und folgen wollen. Gemeinde ist da, wo Menschen in der Lehre der Apostel unterrichtet werden, wo sie zusammen beten und wo sie sich immer wieder auf das Zentrale des christlichen Glaubens besinnen. Bitte such dir solch eine Gemeinde und schließe dich ihr verbindlich an und lass uns sehen, ob solch ein Christentum nicht auch heute die Aufmerksamkeit der Welt auf sich lenken kann. Wir beten noch. O Herr, viele Kirchen und Denimationen sind heute ein Zerrbild der wahren Gemeinde Jesu Christi. Gib unseren Hörern den Mut und die Initiative, ihre Konsequenzen zu ziehen und sich Gemeinden anzuschließen, die deinem Willen und Plan entsprechen. Amen.